Ja, so, ich hatte schon vor so zwei Jahren überlegt, mir die Augen tätowieren zu lassen. Also es ist eigentlich kein Tätowieren, es wird eigentlich mit einer Spritze Farbe reingespritzt. Also mit der Spritze wird halt in das Weiße reingestochen und dann wird die Farbe da reingespritzt. Das Problem, das Auge still zu halten, das Reinstechen merkt man eigentlich gar nicht. Was man nachher merkt, ist halt, wenn die Farbe reinkommt, dass es dann Druck gibt durch die Farbe. Aber das ist so kurz, das ist nicht so schlimm. Also das Hauptproblem ist wirklich, das Auge ruhig und aufzuhalten.